Willkommen zurück bei Attack on Titan mit Tytaren. Das klingt ja schon ein bisschen komisch. So, ihr habt wieder die Möglichkeit, das zu lesen. Könnt natürlich auch Pause drücken. Ich warte, bis der Ladebalken voll ist und möchte gleich wieder loslegen. Dieses Spiel hat mich bis jetzt total beeindruckt. Ich finde es super genial und bin gespannt, was noch alles auf uns zukommt. Ja. Okay, das ist ja jetzt... Ach, das finde ich aber geil. Charakterwechsel. Im Laufe der Geschichte verwendest du im Angriffsmodus möglicherweise verschiedene Charaktere. Ausrüstung, Materialien, Regimentsgelder und vieles mehr können von diesen Charakteren gemeinsam genutzt werden. Na, das ist aber auch dein Glück hier. Erstmal wieder in die Steuerung reinkommen. Finde ich cool. Schnauze. Bin ja schon wieder total nett, ne? Äh, was brauchen wir denn? Ein kleines Eisendstück, ungefähr mit drei, vier Liter. Ja, Rüstung. Davon haben wir acht, davon haben wir sechs. Acht. Ja, ich nehme mal jetzt so mit, dass wir von allen acht haben. Hey, doch, ja. Da können wir verkaufen. Sag mal, komm, man nehme mich mal nicht so. Ich will mal schauen. Aha. Mhm, mhm, mhm. Mhm, mhm, mhm. Trinkenscheide, okay. Gut, ich schaue lieber noch einmal alles durch. Ein Feld mit bräunlichem Fell. Mhm, 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 mhm. Gut. Schauen wir hier nochmal rein. Achso, das haben wir ja. So. Ich gucke hier nochmal rein. Gegenstände, Materialien. Ich habe jetzt aber noch nicht kapiert oder rausgefunden, wie ich... Okay, das können wir dann hier am Kampf verwenden. Ach, mal sehen. Ja. Joa. Hm. Langweilig, 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 aber angucken ist trotzdem nicht verkehrt. Was Neues haben wir hier nicht. Sag mal, komm, man nehme mich nicht so rum, du. Ich regle das schon. Alles Entspannung hier. Und du? Wir werden euch zeigen, was das tägliche Training bringt. Niemand soll uns vorwerfen, wir wären Faulpelze. Ich werde meinen Teil dazu beitragen. Oh, das war eine Scheißstimme, Entschuldigung. Wie dem auch sei, du solltest dich an uns halten, wenn du alleine durch die Gegend läufst. Können wir dich gegebenenfalls nicht retten. Ja, ja, ja. Das haben wir schon verstanden. Die Einwohner werden immer noch evakuiert. Wir müssen sie mit der Eliteeinheit schützen. Ja, verstanden. Ach, die ist schrecklich. Sorry. So. Sollen wir einfach mal starten jetzt? Die anderen Regimenter der Nachhut kämpfen um einen Skiaussichtslosenkampf. Es ist unsere Pflicht, die Einwohner vor Titan zu schützen. Ist das klar? Jep. Wir rücken aus. Ackermann, bist du bereit? Yes, Sir. Beeilung. Ja, die Abnormen sind natürlich echt die Abnormen Titanen. Also, da gibt es ja so einige von. Ich finde sie cool. Ich finde es auch gut, dass es welche gibt. Ich glaube, das wäre sonst zu einfach und eventuell auch zu langweilig für das Spiel. Oder überhaupt für die Geschichte. Obwohl, selbst ohne Abnorme hätte man das so ein bisschen verrückter machen können. Würde es die nicht geben. Aber ich halte jetzt mal die Schnauze. Also, ich halte jetzt mal die Schnauze. Zeig doch nicht mit dem Finger drauf. Lauf. So wie er. Ich halte jetzt mal die Schnauze. Jetzt hör' ich was. Ich halte mich an! Ich halte dich auf. Es ist ein Lauf. Es ist schnell. Ich halte mich nicht. Ich halte mich an. Hörst mich nicht. Ich halte mich am. Ihr Leben. Ich halte mich an. Sehr schön. Also im Anime ist Mikasa immer total... Defensivziele sind wichtige Ziele in der Schlacht. Wurden alle Defensivziele vernichtet, ist der Kampf verloren. Wird ein solches Ziel von einem Titan gefressen, ertönt das Hilferufssignal. In diesem Fall solltest du das Ziel sofort retten. Bin dabei. Einige Titanen bezeichnet man als Abnorme. Und man weiß nie, was sie im Schilde führen. Manchmal sind sie auf bestimmte Menschen fixiert. Daher solltest du ihnen mit besonderer Vorsicht bewegen. Oh, in die andere Richtung, Fräulein, hier. Ja, wo bin ich? Ich sehe nicht. Hä? Was? Wo? Bin ich jetzt im Schild? Bei Angriffen und Manövern verfügt Mikasa über erstaunliche Fähigkeiten Drücke Y, um ihre Kettenangriffe zu aktivieren. Nachdem du einen Titan erfolgreich angegriffen hast, diese Fähigkeit greift ein Ziel gleich mehrfach an. Bei einem bezwungenen Titanen ist sie allerdings wirkungslos. Schnapp mir dann hier mal so die Kollegen, ne? Sehr geil. Das war schön. Das Spiel ist so cool. Ich kann es jedem empfehlen. Da. Ja, 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 ja. Sehr gut. Okay, die Arme ist weg. Ja, ah. Fein weg. Na komm. Okay. Jetzt auch weg. Es kommen immer mehr, aber na klar. Na klar kommen immer mehr. Das ist doch so genial. Okay. Okay. Schließe die Mission ab, um von verschiedenen Vorteilen zu profitieren. Deine Entscheidungsschlacht... Signalanzeige führt sich schneller auf. Mächtige Soldatenverbündete schließen sich dir als Teammitglieder an. Logistiker erscheinen auf dem Schlachtfeld und vieles mehr. Behalte die Entwicklung auf dem Schlachtfeld stets im Auge, um den besten Zeitpunkt für eine Nebenmission anzupassen. Ob ich... Äh, abzupassen. Ob ich das schaffe, ist... Ja, komm jetzt. Ja, sehr geil. So. Ja, ich bin Ackermann. Das ist mir schon klar. Aber... Na, wir müssen einmal da hinten hin. Einmal nach da hinten, bitte. Mikasa. Ja. Also langsam kriegt man den Dreh hier auch raus. Ah, komm jetzt hoch. Du musst jetzt einmal hoch. Ich bin Ackermann, ich bin Ackermann. Ah. Blöd. Na. Oh, oh. Ich hab... Geklinkt. Oh, geh weg, geh weg, geh weg, geh weg, geh weg. Frächtet mich hier jetzt? Ich muss einmal kurz geklingen. Gas. Gas. Okay. Wo? Hier, weg. Ja. Ja. Ähm. Ja, alles gut. Ich brauche Material. Ich brauche wirklich nützliches Material. Ich brauche es. Komm jetzt. Sehr gut. Ah, warte mal. Okay, komm 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 komm. Nein. Nein, 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 nein. Lass mich los, lass mich los. Ich cut ihn. Sag mal. Vielleicht erstmal die Beine. Ja. Nein. Ja. Und ran an den Speck und Bäm. Sehr geil. Das wäre geschafft. Ich brauche mehr Heilung. Definitiv mehr Heilung. Das haben wir. Das ging auch echt ganz gut. Ich brauche jetzt nur hier ein paar Kollegen. Da möchte ich gerne mal hin. Wo steht er da? Ich hole mir erst mal die Leute hier. Na, auf da jetzt. Nein, du Dovilein. So, einmal hier hin. Hallo. Hast du was für mich oder kommst du mit? Sehr geil. Ich muss jetzt erstmal hier ein paar Leute. Ich kümmere mich gleich um den Rest. Und du? Und du? Ich bewege dich. Ähm, Klingen wechsle ich jetzt noch nicht. Das mache ich erst, wenn es soweit ist. Ich möchte die ganzen Sachen einfach mal sparen. Ich habe nämlich Angst. Das ist hier alles nicht... Uh. Und jetzt? Scheiße. Scheiße. Scheiße... Army? Army? Ja, ich glaube, er kommt gleich. Ich glaube, er hat mich gebeten. Armin, du bist jetzt nicht so gefährlich. Ich bin... ... Oh, ernsthaft erscheint eine Idee finden, eine Defensivanlage während eines Kampfes mit ihrer Lebensdauer angezeigt. Das Spiel endet, wenn diese erschöpft ist, daher solltest du sie unbedingt schützen, um deine Mission so schnell wie möglich abzuschließen. Das sind die Dinge und ich... Okay. 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 Sehr, jetzt schon mal weg. Yay! Sehr geil. Sehr geil. Wir müssen ein bisschen auf unser Gas achten, das ist echt... Die Wölfen wieder mal anliegen, ja. Komm jetzt! Okay, wir müssen einmal ganz schnell Gas nehmen und hinterher. Komm jetzt! Und eine Klinge, bitte. Warte, ich komme jetzt nicht zu vermuten, ich sehe gerade nicht so viel, ich kann gerade nicht so viel machen. Na? Sehr geil. Oh! Ah, scheiße, 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 hau ab! Ih, schießt auch nicht, liebe Eckliga! Okay. Ah, für Konzentration. Ich muss mich einmal... Bingen die mich hier jetzt? Warte mal. Nein. Nein. Ich glaube, ich muss... Ich gehe mal nach da hinten. Ich glaube, das ist wichtiger. Ich sehe auch so viel hier. Ah! Steuerung! Wohin! Klar. Einmal in die Richtung, bitte. Ich glaube, da brauche jemand mal ganz dringend Hilfe. Und hoch, 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 hoch! Hoch! Ja! Ich bin auf dem Weg! Das ist total genial! Ich liebe es! Ich kann jetzt Stunden stehlen, aber... Ich bin jetzt... Ich bin jetzt schon fast! Mark, komm! Kack, komm! Hör auf! Kack! Kack! Nächste... Kack! Okay. Jetzt würde noch einmal sein Marki nehmen! Kack! Kann ich meinen Macken treffen? Nein! Ah, shit! Und... ja, endlich! Und zum nächsten Rauker. Uh, uh! Ah! Liebe! Liebe Stelze! Hey, Armin! Das muss ja eigentlich mal ein bisschen schneller gehen hier jetzt. Trotzdem ist die Lenkung immer mal so ein bisschen... Ah, schaffen wir das? Der ist weg! Der ist weg! Der Bein ist weg! Oh, und was ist jetzt hier wieder das Problem? Okay, jetzt passt es auch nicht. Zurück! Zurück! Ah! Ich brauche Material! Und... ... ... ... ... ... ... Schnauze! Okay... ... 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 Trag ihm jetzt nochmal die Pratze da weg! Also, ernsthaft jetzt? Von hinten vielleicht? Komm schon, bevor er sich da regeneriert. Herrgott, nochmal. So was zum ist. Na. Gut. Tschüss. Ja, ganz kurz. Oh, hallo. Der ist weg. Letzter Gastank. Klinge. Da, ich muss da hin. Nein. Hey, gib mir was. Klinge. Ist hier noch irgendwo was da oben? Ich muss jetzt erstmal ein paar Sachen besorgen, weil sonst kommen wir hier nicht viel groß weiter. Hey, gib mir was. Nein, nicht jetzt. Ja, weiß ich. Aber ohne Material komme ich nicht weiter. Komm, gib mir was. Okay. Ich mache jetzt einmal an dieser Stelle Pause. Nein. So, ihr Lieben. Ich muss unbedingt die Aufnahme stoppen. Wir sind schon wieder über der Zeit. Ich pausiere. Und ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ich hatte riesengroßen Spaß. Und wenn ihr wollt, sehen wir uns einfach in der nächsten Folge bei Attack on Titan. Dann. Dann. Dann.